Hallöchen da draußen, ich bin SpyClip mit einer neuen Folge Eurotox Simulator 2 Multiplayer. Ist super, ich hab's wieder eingekriegt. Es lag daran, dass Eurotox Simulator 2 normal ein neues Update rausgebracht hat und das nicht mit Multiplayer kompaktiv war. Und ja, deswegen musste ich bei Steam erstmal ein bisschen rumfuchteln und das machen und die anderen Spiele gingen genauso wenig. Deswegen kommen heute Multiplayer, morgen kommt OMSI und übermorgen kommt Eurotox Simulator 2. So habt ihr es im Plan. Ich entschuldige mich, dass es so wenig Videos in letzter Zeit gab. Aber wir wollen meinen Leipzig auf einen neuen Jobsuche machen. Ich weiß, der alte Job, ich hab's versprochen, ja, ja. Aber ich kann es einfach nicht zu Ende bringen. Weil, aus dem einfachen Grunde, weil ich alles nur von den Speicherdaten, die alten nehmen musste. Die neuen hat er nicht mal akzeptiert. Und deswegen wollen wir jetzt anfangen und es geht dann weiter. Tut mir leid, wenn's noch ruckelt. Ich hab's gerade erst angemacht. Ach so jesteśmy, ich hab's gerade schon ein Mal. wir fahren mal zur Firma ich weiß sie FCP glaube ich ja das war richtig FCP was nehmen wir denn wir fahren nach Dortmund wir fahren mal nach Dortmund macht der Bescheid kurze Info wir haben Radlader 25 Tonnen nach Dortmund die Firma ist Tweet erwartet werden wir um Montag 16 Uhr 22 der Woll mal los haben Verfügung baut uns 20.208 Euro falls ihr den Multiplayer auch haben wollt geht mal auf ets2mp.com da findet ihr den Download Link und für alle die kein Steam haben müssen sich das Steam erst leider runterladen und diese diese Backelung tut mir leid die Nachladefehler ich kann es nicht ändern ich hätte es gerne aber ja so ist das Leben habt ihr das gerade gehört das Piepen komisch ich hab das ist nicht wunderbar in Hübsch wunderschönen der Bahn auf auf in Hübsch an auf 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 Das war's für heute. 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 Aber ich muss heute bis zum Frühjahr Schluss machen. Deswegen fahr ich jetzt an die Seite mit ruckelnden Sachen. Oh, ich isses. Egal. Bye-bye. Bis dann. Wiedersehen. Euer Y-Clip. Bleibt cool wie ihr seid. Tschüss.